Schau dir die Karten an, Bühlen. Okay, dann nimmst du eine aus dem Spiel, kannst du auswendig lernen. Nimm dir eine von der du denkst, die erraten die zwei Brüder. Nee. Halt die Karte vor deine Brust und gib uns den Rest des Spiels zurück. Okay, Bühlen, schreib da noch irgendwas auf die Karte drauf. Hast du einen Stift dabei? Nee. Kuli oder? Ich hab nix. Nee, den. Im Pferdeschwanz. Ah, ja. Im Busch vom Pferdeschwanz war der. So. Könnt ihr das lesen? Das ist kein Bierdeckel. Okay, so. Wir nehmen wieder ab, okay? Ja. So, wir werden jetzt auf spektakuläre Art und Weise herausfinden, welche Karte du gezogen hast. Steck sie irgendwo zurück ins Spiel. Nee. In Ludwigshafen klappt das. Ja, komisch. Steck sie irgendwo zurück, okay. Nimmst du, kannst das selber machen. Es ist jetzt Bühlen's Aufgabe, den Ballon über den, ja, du kennst das aus anderen Dimensionen. Los, los geht's! Oh, schau mal hier. Oh, ich komm ein bisschen zu euch! Oh, ich komm ein bisschen zu euch! Okay. Okay. Sehr schön! So, mein Bruder findet jetzt in Bühlen deine Karte. Er muss allerdings erst in den Ballon hinein. Das ist ja auch ein bisschen zu euch! Ich bin auch ein bisschen zu euch! Ich bin auch ein bisschen zu euch! Ach! Du es hast ja auch ein bisschen zu euch! Ich hab das nicht gesehen. Ja, Bühlen, mein Bruder hat eine Karte gefunden. Zunge. Das ist krank. In Englisch würde man sagen, Bühlen, to unfold a card only with one tongue. Hey, das ist krass, Leute. Das hab ich so noch nie gesehen. Was da runter läuft, ist die One Tongue Soup. Boah, krass. Ist das deine Karte? Nee. Dann ist das dein Applaus!